Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Kaniniert-Stall vom Resort mit Molenia. Hallo und Maikondo. Jupp. Jupp. Maikondo. Äh, Maikondo, sein Hals tut weh. Ja, oh. Ja. Ja, Molenia, ihrer auch. Ja. Wenn wir schon dabei sind, unser Leid zu klagen. Ich hab so Husten. Husten und Halsschmerzen. Ja. Ja, ja. Ja, mal wieder eine ganze übliche Glatteradatsch, was man ja halt im Winter so hat, ne? Ja. Genau. Und zu Weihnachten muss ja immer irgendwer krank werden. Genau. Und wenn es die Kinder nicht sind, dann müssen es halt wir übernehmen. Richtig. Und ja, haben wir gedacht, dann machen wir das doch gleich mal. Genau. So, ich hab jetzt drüben alles fertig am Kaniniert-Stall, was ich da erstmal machen konnte. Soll ich da schon Stroh reinpacken? Äh, ja, ja. Dann hol ich mir mal welches. Ich denke, so ist der Berg hier eigentlich in Ordnung, oder? Ich würde da jetzt noch Bäume drauf pflanzen. Und dann, ähm... Wir haben ja hier gar kein Stroh. Haben wir denn Bäume mit? Äh, das hab ich in der Tasche. Ach so. Ich hab's gesagt, ich hatte doch irgendwie gesehen im letzten Part. Äh, hoch? Bitteschön. Setzlinge hatten wir da, ne? Ich glaube, ja. Äh, oh. Von jedem einen. Naja, hattest du gesagt. Ja, ja, ich weiß. Von jedem einen mit. Ähm. Das ist nur, Schwarzarche bringt mir einer halt nicht. Wirklich viel. So, ist das wichtig? Möchtest du die, äh, gerade aufgestellt haben? Oder ist das egal, wie die liegen? Äh, gerade wäre wunderbar. Also von oben aufgebaut. Ja. Gucken wir mal, ob der so hoch wächst, wie ich mir das denke. Den packen wir da hin. Jetzt schauen, haben wir Knochenmehl hier? Ne, ne? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Ähm. 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 Haben wir nicht. Hab ich mir gedacht. Komm, dann mach ich doch mal schon mal den Weg hier ein Stückchen weiter. Äh, dann. Oder? Ja. War das alles? Nehme ich schon mal das Zeug, was wir hier nicht mehr brauchen, nehme ich schon mal mit. Schneebälle. Ach, ich hab gar keinen Platz mehr im Inventar. Ähm. Die nehme ich auch mit. Das lasse ich mal da. So. Die ist leer. Dann gehe ich mal holen. Was wollte ich holen? Jetzt habe ich es vergessen. Äh. Knochenmehl. Ach, Knochenmehl. Genau. Ach, hier kann ich gleich anfangen. Ja, toll. Zwei Strohballen fehlen. Ah, verdammt. Jo. Das ist ja doof. Äh, bringe ich dir mit, wenn du willst, kannst du so lange an der Baumfarm, äh, schon mal Holz machen. Ja, mach ich. Ja. Huch. Kein Problem. Ja, so ist die Zeit nicht verschwendet. Das stimmt. Du stehst da ja noch. Ja, ich, äh, mach hier die Wegplatten rein. Ein paar. Ähm, ich hab immer noch welche über... Ein paar Wegplatten? Ja. Ja, was weg ist, ist weg. Weißt du, das... Natürlich. Ist erledigt. Und wir müssen die Sachen nicht mehr hin und her schleppen. Das stimmt. Ich würde dann gleich Momuli mitbringen. Okay. Soll ich dir Johnny auch mitbringen? Kannst du machen, wenn du möchtest. Dann kann man nämlich in die auf jeden Fall Sachen reinpacken. Gerade das Holz und so schon mal. Ja. Vielleicht können wir dann gucken, vielleicht Ende des Parts oder nächsten Part irgendwo dazwischen mal zur Bank und eintauschen. Ja. Ich könnte auch nochmal unten abernten. Stimmt. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr, ne? Ja. Das werde ich mal gleich noch erledigen. Ich mach jetzt hier erstmal. Okay. Fertig und dann geh ich nach unten. Gut. Und ich hole jetzt erstmal Momuli. Diese Wege sind so weit, wenn man laufen muss. Ja. So. Sattel. Moody hat einen Sattel an. Oh, das sollte sie nicht. Wo habe ich denn diesen Sattel schon wieder geklaut? Ah, ha, ha, ha. Äh. La, 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 la. Dö. So, so. Ja, ja. Deine Leine hatte ich mir auch schon mal geliehen. Ah, ja. Ähm. Ja. Also geliehen, ne? Die Haftel. Ja, natürlich. Natürlich. Komm mit, Johnny. Du leihst ja immer nur. Ja, ja. Ja, ich packe eigentlich immer wieder alles zurück. Kommst du? Ja. Oh Gott, störisch. Komm her, du störischer Esel. Hallo. Oh, hier sind ja gar keine Äxte mehr drin. Nicht? Musst du welche machen? Das ist doch Material, ist ja da. Ja, aber ich habe keine Werkbank. Äh, doch, auf der anderen Seite unterm Pfeiler ist auch eine, ist eine Werkbank. Das ist alles da. Dann mache ich eine. Äh, mehrere, also. Mhm. Weißt schon. Komm, lauf, Johnny. Oh, ich habe die, ich sehe schöner aus, Mod nicht an. Oh ja, ich auch nicht. Ja, die lasse ich auch mal aus. Es ruckelt sowieso gerade so fürchterlich durch das Museum. Ja. Und da wollte ich erstmal gucken, dass wir da noch eine Lösung finden. Achso, ich kann die echt da lassen. Und dann, äh, schalte ich die Mod wieder an. Weil das ist echt unerträglich mit der Mod dann auch noch zusammen, ne? Das geht dann gar nicht. Ja, ich bin so blöd. Ja? Mhm. Ich habe Spitzhaken gemacht. Und keine Äxte. Jetzt habe ich zehn Spitzhaken gemacht. Na super. Ähm. Was wollte ich holen? Das letzte Ding auf jeden Fall. Was wollte ich noch holen? Ach, Knochenmehl, genau. Ich bin wegen Knochenmehl hier. Da. So. Das ruckelt hier ganz fürchterlich. Wow. Das ist schon echt krass. Ja, wie gesagt, das Museum wird auf jeden Fall nochmal umgebaut. Ah, jetzt habe ich wieder keine Leine für Moody dabei. Ach Gott. Hin und her, hin und her, hin und her. So, jetzt habe ich eine Leine für Moody dabei. Ja, das ist doch super. Oh, das ruckelt hier ganz fürchterlich. Hä, aber... Oh, die... Komm her. Das ist schon echt krass. Also, wenn man so Richtung Museum guckt, dann ruckelt das. Wie sau. Ja. Das ist echt schlimm. Und wenn man in die andere Richtung guckt, ist alles gut. Also, von dem her... Das muss an diesem blöden Rahmen dann tatsächlich liegen, ne? Mhm. Aber ich habe schon eine Idee, wie man das eventuell ein bisschen umstrukturieren kann, dass man eben keine Rahmen braucht. Okay. Ja, das ist ja schon mal schön. Ja, es ist halt ein bisschen weniger Platz letztendlich, weil man nicht ein Teil an einen Block hängen kann. Aber wir haben ja Platz. Wir können zur Not noch oben drauf bauen. Wir können zur Not noch unten drunter bauen. Ich würde sagen, also... Da haben wir ja Platz ohne Ende. Das ist ja kein Problem. Am Platz soll es ja nicht scheitern. So, ich habe Johnny mit dabei. Ich mache dir den hier vorne fest. Okay. Na? Ja. So, und Muli nehme ich mit ins Gehege. Ah, jetzt habe ich die Wegplatten vergessen. Na ja, war ja klar. Dass ich irgendwas wieder vergesse. Ja, irgendwas ist ja immer... Ach, und die Getreideballen habe ich auch vergessen. Und ich habe keine Axt dabei. Aber Knochenmehl hast du mitgenommen. Knochenmehl habe ich. Dann ist ja gut. Äh, das war klar. Gut, ich brauche eine Axt. Na, dieses blöde Ding. Dieser blöde Baum. Ist natürlich genauso gewachsen, wie ich ihn nicht haben wollte. Ja, das ist ja wohl logisch. Ich komme hier. Ne. Na Gott. Dann hole ich mir von drüben eine Axt. Da ist ja noch... Eisen ist noch da, oder? So eine Axt kann ich mir noch holen. Eisen ist noch da, ja. Da ist eine Birke gewachsen. So. Eine reicht mir, denke ich. Ich nehme mal zwei mit. Sicher ist sicher. Ja, ja. Ganz schnell stehst du da. Ja, ich muss ja sowieso nochmal zurück ins Lager und Getreide holen und so. Aber das kann man dann mitnehmen, wenn man die Kaninchen vielleicht schon mitnimmt. Und dann schauen, ob wir das rechtzügig schaffen, die rüber zu bringen. Ja. Das sind schon einige. Und das Ding ist, im Survival rennen die einem ja immer weg. Stimmt. Die sind ja total scheu. Ich hatte da letztes Mal was von gelesen von Kaninchenzehen. Kaninchenzehen? Ja, da habe ich noch überhaupt nie was von gehört gehabt. War auch letztendlich wohl nicht an dem, dass man die zähmen kann. Hätte mich auch jetzt irgendwie ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Mhm. Das ist mir auch neu. Aber ich weiß eh nicht so gut Bescheid von dem her. Hätte das durchaus sein können. Perfekt. Ja. Ich habe auch gedacht, das ist irgendwie... Warum nicht, ne? Naja. Weil man kann nicht alles wissen, ne? Ja. Jetzt habe ich keine Erde. Oh, ich habe... Oh. Äh. Da kann ich überhaupt nichts dafür. Das ist... Ich habe ganz viel Schnotten im Hirn. Ja. Das ist, ähm... Ja. Also... Genau. Das ist meine Ausrede. Ist die nicht gut? Ja, die ist super. Okay. Jetzt nochmal ins Lagern. Jetzt hole ich nochmal alles, was ich so brauche. Ich muss sagen, mir graut ja schon davor, wenn wir nicht mehr beim Light... Ah, hier am Dings vorbeikommen, ne? Am Biotop. Und wir den Rundgang immer folgen müssen. Ja, das ist dann schon, äh... Etwas schwierig. Ja, dann sollte man sich vielleicht angewöhnen, nichts zu vergessen. Äh, der war gut. So. Okay. Ähm, ich bin hier wegen... Wegplatten kann ich ein paar mitnehmen? Oh, die sind leer. Da mache ich welche. So, das reicht auf jeden Fall. Ähm... Erde. Getreide. Ähm... Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich? Ähm, da könnte man eventuell... Ich werde mal was ausprobieren. Wo haben wir denn da? Das nehmen wir. Wie viel? Oh, nur zwei. Ne, das ist zu wenig. Da nur sieben, das ist auch zu wenig. Sag nicht, wir haben keinen, keinen gebrannten Ton hier mehr. Das wäre ja übel. Na, das reicht erst mal. Okay. Ähm, das, das, das. Dies und das und das und dies. Ja. Ähm, okay. Erdhöhle. Stall. Futterraufe. Ähm, eventuell einen Napf. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ähm, und das Stall. Ja, wir bräuchten eigentlich auch noch, ähm, Teppich, ne? Teppich? Teppich. Wir hatten aber weißen Teppich, wo sie drauf liegen können. Also Liegematten, weißt du? Ja. Ich habe jetzt die Leine eingesammelt, Muli. Wo ist die Leine? Da. So, komm, auf geht's. Wieder zurück. Noch ein bisschen was schaffen. Schaffen, 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 schaffen. Genau. Man könnte eigentlich, habe ich mir so überlegt, jetzt gerade, ähm, wenn man hier so vorbeigeht bei den Tieren, man kann überhaupt nicht so wirklich richtig sehen durch die Gitter. Das ist total nervig. Vielleicht sollte man an jedem Gehege so ein bisschen, wir haben jetzt hier bei den Skelettpferden zum Beispiel ja nur, ähm, Glasscheiben. Mhm. Ne? Dass man eventuell, ähm, an den Gehegen, nicht alles, aber so, vielleicht so eins, zwei Dinger immer so, Abschnitte, ähm, Glas macht, das Gitter rausmacht und Glas macht, dass man da so kleine Aussichtsdinger hat. Dass man besser reingucken kann, weißt du? Ja. Was hältst du davon? Ja. Ja? Das könnte, könnte helfen. Okay. Dann sollten wir uns das merken. Ja. So, und hier kommen dann auch die Liegedinger rein. Hier muss aber auch nur Licht rein. Ich tue mal draußen. So, tauschen wir hier aus. So. Gut. Kann ich das nicht einsammeln? Nein. Egal. Und dann kommt hier jetzt noch auf jeden Fall ein Baum hin. Aha. Ähm, Böcke. So, jetzt habe ich einmal alles durchgeholzt. Dann kommt da noch einer hin. Das ist schön. Dann haben wir ja wieder einiges an Holz, oder? Ja, klar. Da ist einiges zusammengekommen. Mhm. Einige Stacks. Ich kann nichts mehr einsammeln. Das ist ja was ganz Neues. Ja. Nicht so schlimm. Ich habe ja einen Rucksack dabei. So. Okay. So, dann bringe ich jetzt das Zeug mal weg. Ich habe jetzt die Höhle fertig. Also, ich denke, wenn die grün geworden ist, sieht das ganz nett aus. Den Bäumen da drauf. Dann wirkt das auch nicht so offen so viel am Platz irgendwie. Ja. Das wirkt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass in zweier Höhe dann eben auch genug ist. Das hoffe ich auch. So. Okay. Dann können wir den Baum noch eben wachsen lassen. Zeig. Und da stellen wir noch einen hin. Und dann haben wir hier aber auch genug. Mal richtig schön Bäume da. Toll. Das sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. Dann kann man hier eigentlich einen Futterplatz einrichten. Könnte man... Vor dem Haus. Ja, ich bin da noch so ein bisschen am überlegen, wie... Wie und wo oder was. Wie, genau. Wie hier den Futterplatz machen. Weil der sollte ja auch so ein bisschen überdacht sein. Mhm. Und vielleicht kann man den einfach gerade mit überdachen noch. Das machen wir. Okay. Ich weiß noch nicht wie weit. Dann erst mal hier gucken. Hier. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ja, wunderbar. Dann da die Stufen dran. Also die Türen. Haben wir irgendwo eigentlich auch Werkzeuge? Äh, ja. Ja, ja, ja. Äh, unter der Pinnwand. Ach genau. Das war das. Das ist sowas. Das merke ich mir immer alles nicht. So, und dann würde ich gerne... ...das da ausprobieren, wie das aussieht. Ah, vielleicht ein bisschen riesig. Ach. Äh, kommst du gleich mal gucken? Äh, ja. Es dauert aber noch einen Augenblick. Warum? Weil ich jetzt erstmal alles wegsortiere hier. Warum? Na, weil das so ist. Voll der riesen Futternapf. Hier können sie sich ja reinsetzen haben. Jom, jom, jom. Und die Heuraufe auch. Aber hier. Das sieht irgendwie doof aus. Kannst du mal eben kurz rüber gucken? Hm. Das sieht doof aus, oder? Also als Futternapf. Schon sehr groß. Ne? Das nehmen wir weg. Vielleicht kann man einfach noch, äh... Ja, gucken. Ist schon noch gerne irgendwie, ähm, Getreidefutter? Ja. Vielleicht mache ich einfach so einen Vierer hier hin. Einfach so nochmal. Und auch mit Pfeiltüren umzuhnen. Dann haben wir nämlich auch noch Getreidefutter. Okay. Und, ähm, Wassereimer würde ich dann... Also dann nehmen wir ja die kleinen. Hatte ich ja gesagt. Mhm. Die würde ich dann einfach hier ans Haus hängen. Okay. 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 Dann, ähm... So. Muli. Ach, Muli. Jetzt habe ich mich wegen dir vertan, oder? Nee. Ach. Dann hier noch. Ach genau, das wäre dann ja... Dann mal der Abschluss. So. So. Drei hoch. Da auch. Hoch. So, und dann muss ja nur noch das Dach hier rübergezogen werden. Und dann wäre da... Also der Unterstand mit Futter auch fertig. Das Dach rübergezogen werden? Hm, vom Stall das Dach rübergezogen werden über die Futterstelle. So. Und, ähm, dann haben wir eigentlich... Können wir hier noch irgendwie ein paar Hoppelsachen hinpacken. Was sind denn Hoppelsachen? Ja, ich weiß nicht. Was könnte man noch machen? Sowas. Ach so, du meinst sowas wie Hindernisse. Hopp. Mhm. Okay. Ja, wobei das wahrscheinlich eher in... Wenn man Baumstämme nimmt, besser aussieht. Und da vielleicht noch das ein oder andere... An Grünzeugs dran. Mhm. So ein kleines Ding hier. Genau. Mehr würde ich hier eigentlich schon gar nicht machen. Bist du auf dem Weg? Ich bin gleich da. Ja, dann guck doch mal bitte. Ähm. Noch das Dach muss doch gleich rübergezogen werden. Und, ähm... Im Stall muss noch Licht rein. Und noch die Liegedecken müssen noch hingepackt werden. Hier könnte man dann eine Erhöhung machen. Halbe habe ich noch. Hm. So, genau. Ach, jetzt habe ich nicht genug Wolle. Nicht genug Zeugs zum... ...hinpacken. Schade. Das ist ja doof. Ja, macht nichts. Der Part ist schon wieder zu Ende. Oh. Hm, genau so habe ich das gemeint. Okay. Hast du die Höhle angeguckt? Nein, noch nicht. Ich glaube, da sollten wir vielleicht auch ein kleines bisschen Licht reinmachen, oder? Das ist arg dunkel. Oder meinst du so lassen, dass es natürlicher ist? Ja, ich würde das so lassen. Ja, würdest du es so dunkel lassen? Ja, naja. Sieht gut aus. Na, es ist ganz okay geworden, denke ich. Ja, naja, hast du gut gemacht. Ich würde dann hier vorne vielleicht nochmal irgendwo einen Baum hinstellen. Mhm. Und dann würde ich es lassen. Ja, dann ist auch gut. Man kann es auch übertreiben, glaube ich. Genau, sonst ist das zu voll. Hier nochmal vielleicht eine Birke hin. So. So, fertig. Ja. Ja, ja, das reicht auch. Also mehr würde ich da nicht machen. Ja. Okay. Gute Idee. Ja, dann lass uns doch erstmal den Part beenden. Okay. Und ja, am nächsten hoffe ich dann, dass die Kaninchen einziehen können. Richtig. Gut, also bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.